Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu Nvidia und Tesla. Wir beginnen die heutige Marktanalyse mit den Rohstoffen und schauen zuerst auf die Natural Gas Futures. Und da muss man sagen, die sind in den letzten Tagen und Wochen sehr gut unterwegs. Wir haben jetzt auch den großen Abwärtstrend überwinden können seit den Tops bei den Net Gas Futures. Im letzten Zyklus war das hier der dominante Abwärtstrend. Da war es soweit am 15. Juni und übergeordnet sehen wir seit Februar im Bereich der 2 US-Dollar eine schöne Bodenbildung. Jetzt gerade auch zuletzt mit eindeutig steigenden Tiefs. Aktuell und den respektieren wir weiterhin natürlich. Haben wir diesen herrlichen Trendkanal auf dem Schirm, der vor allen Dingen am Support herrliche Berührungspunkte hat. Jetzt aber auch gerade zuletzt am Top bewiesen hat, dass er gut funktioniert. Zusammen mit dem horizontalen Widerstand von 2,68 Dollar gab es hier nochmal einen scharfen Abverkauf an den Support des Trendkanals. Jetzt sind wir aktuell ausgebrochen aus den 2,68 Dollar, aber wieder am Top von diesem Trendkanal angekommen. Ich halte hier durchaus eine gewisse Konsolidierung für denkbar, wenn wir jetzt hier in dieser Situation die 2,68 Dollar als Support testen würden. Und wenn sich hier in dieser Bewegung ein weiterer Konterabwärtstrend ergeben sollte, wäre das hier meines Erachtens durchaus nochmal ein Zeitpunkt, wo man zugreifen könnte, sobald der Kurs allerdings unter 2,68 Dollar fällt. Und sobald wir diesen Aufwärtstrendkanal verlassen sollten, sollte man durchaus vorsichtig werden. Und das große Kursziel, der große Widerstand aktuell, den wir bei den NetGas Futures auf dem Schirm haben, wenn wir hier ausbrechen, wo wir dann deutlich mehr Abseits freisetzen würden, aber wo man auch nochmal mit einer heftigeren Korrektur rechnen müsste, der große Widerstand lokal sind 3 US-Dollar. Wir machen weiter mit WTI Crude Oil und da müssen wir in erster Linie diesen großen Abwärtstrend auf dem Schirm behalten und vor allen Dingen auch realisieren, dass das hier in diesem Bereich meines Erachtens hier keine Long-Position ist, solange wir immer wieder vom Markt bewiesen bekommen, dass dieser Abwärtstrend knallharter Widerstand ist. Habt ihr das ganz klar auf dem Schirm? Crude Oil kann hier spannend werden. Crude Oil ist hier auch in der finalen Phase von dieser Konsolidierung. Support sehen wir aktuell lokal sogar als höheres Tief im Bereich der 67 Dollar und 50 Cent Support. Drunter sind wir bei 66, 65 und dann bei 62 US-Dollar. Das ist hier übergeordnet eine extrem wichtige Supportzone, aber für den Moment ist hier noch keine Entscheidung gefallen. Was man aber sagen muss hier bis Juli wird es hier durchaus sehr, sehr spannend in diesem Bereich und ich muss wirklich sagen, ich bin gespannt, ob es dann hier den großen Breakout gibt bei den Ölpreisen oder ob wir möglicherweise sogar unter die 62 US-Dollar fallen. Beim Goldpreis sehen wir nach wie vor den lokalen Abwärtstrend im Bild auch heute wieder abgeprallt und auch an der horizontalen Zone von 1925 bis 1932 US-Dollar zusammen eben mit diesem lokalen Abwärtstrend. Das wird wichtig, wenn wir hier ausbrechen. Durchaus kurzfristiges Long-Signal in die Richtung 1960 US-Dollar. Der Breakout aus den 1960 US-Dollar wäre dann durchaus nochmal ein sehr bullisches Zeichen für Gold in Richtung 2020, 2040 eben übergeordnet an diese Tops, die wir gesehen haben zuletzt im Mai, aber auch im April. Habt ihr es aber auf dem Zettel, dass dieser Abwärtstrend hier nach wie vor sehr gut respektiert ist. Vor allen Dingen auch die heutige Tageskerze und die vom Freitag haben es uns eindeutig gezeigt. Wir haben jetzt noch keine neuen Tiefs gesehen. Wenn kritisch für den Goldpreis wird es unter 1910 US-Dollar, da muss ich sagen, dann wäre mal ein Primärszenario durchaus, dass wir mal die 200-Tage-Linie testen im Bereich der 1850 bis 1840 US-Dollar. Durchaus spannend. Gold hier möglicherweise so ein kleiner Make-or-Break-Punkt. Beim Silberpreis achten wir bitte ganz genau auf die Preise-Action jetzt in den kommenden Handelstagen. Das ist nämlich durchaus nicht uninteressant. Wir hatten hier zuletzt einen klaren Impuls zur Downside, dann ein Korrektiv nach oben. Es war durchaus ein schöner Anstieg, aber wir haben den Trendbruch gesehen, was dann nochmal zu einem weiteren Impuls zur Downside geführt hat. Und jetzt versucht sich der Markt hier wieder zu erholen. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier die finale Erholung wird, ob der Markt dann wirklich auf der 200-Tage-Linie hier Support findet oder ob dann von hier nochmal ein Abverkauf folgt und wir dann übergeordnet wirklich diesen Aufwärtstrend testen. Ein Bruch dieses Aufwärtstrends wäre ein extrem kritisches Signal. Da müssen wir uns dann wirklich mit Kursen nochmal auseinandersetzen beim Silberpreis von unter 20 US-Dollar, möglicherweise sogar dem Support von diesem Trendkanal. Für den Moment haben wir jetzt eine Gegenbewegung beim Silberpreis. Wir können uns auch mal abmessen, wo hier die wichtigen Zonen sind, dem wir hier den letzten Abverkauf uns abmessen. Dann sehen wir hier zwischen 23 US-Dollar und 23 US-Dollar 70 finden wir die aktuelle Golden Zone. Hier muss man dann wieder mit einer Reaktion rechnen und dann wird es spannend. Bekommen wir dann hier einen Doppelboden und der Markt kann sich wirklich massiv erholen. Oder geht es dann von hier nochmal runter auf neue Tiefs. Wie gesagt, Trendbruch, das wäre ein extrem kritisches Signal. Man könnte sagen, übergeordnet Kurse unter 22 US-Dollar. Aber beim Silberpreis eigentlich nicht mehr sehen. Und wenn der Silberpreis einigermaßen stabil bleibt und auch wieder steigen kann, kann sich auch dieses herrliche Setup ausspielen bei First Majestic Silber. Wir sind übergeordnet angekommen an einem sehr, sehr langen Aufwärtstrend. Seit dem Tief 2008 ist der gültig, wurde auch nie größer verletzt. Wir sind jetzt auch hier in einer spannenden Phase angekommen von einem Falling Wedge im Chart. Komm gerne auf den Discord und werde ab 4,99 Euro im Monat 10x-Member für diese und natürlich weitere Trade-Setups. Wir kommen zum Bitcoin im Tagesschart und der konsolidiert seit einigen Handelstagen diese massiven Anstiege von zuletzt aus. Wir sind von den 25.000 US-Dollar um 27% angestiegen auf ein neues Jahreshoch im Bereich von 31.429 Punkte. Aktuell hält der Bitcoin die 30.000 Punkte sehr, sehr gut. Möchte ich aber auf keinen Fall ausschließen, dass es hier nochmal zu einer etwas schärferen Korrektur kommt beim Bitcoin. Hier wäre alles bullish, muss man sagen, von einer Korrektur übergeordnet, bis wir diesen Aufwärtstrend berühren. Auch ein Backtest der 200-Tage-Linie kann hier nach wie vor stattfinden. Den haben wir bei Ethereum gesehen, beim Bitcoin haben wir den nicht gesehen. Habt es mal auf den Zettel jetzt aktuell sehr vorsichtig sein mit frischen Long-Positionen. Wer hier eingestiegen ist, wir haben hier von einer Akkumulationszone gesprochen, kann hier oben natürlich auch gewisse Gewinne mitnehmen. Auch bei Altcoins, die extrem gut gestiegen sind. Der Bitcoin hat jetzt hier lokal potenzielle Downside alles zwischen 6 bis möglicherweise sogar 13, 14%. Und wie wir wissen, sobald wir ausbrechen aus den 31.500, jetzt aus diesen Hochs, wenn es hier wirklich mal anders als hier und jetzt hier mal zu einem fulminanten Breakout kommt und wir vor allen Dingen dann diese Levels im weiteren Verlauf als Support testen können. Kursziel, erstes Kursziel nach oben dann bei 36.000. Was wir beim Bitcoin und bei Ethereum definitiv nicht sehen wollen, sind Kurse unter der 200-Tage-Linie. Wir sind bei Ethereum im Tagesschart. Wir haben hier diesen herrlichen Trendkanal im Chart. Zuletzt sind wir hier drauf eingegangen am Support zusammen mit der 200-Tage-Linie. Wir waren überverkauft, Kaufe-Support, vor allen Dingen wenn du überverkauft bist, vor allen Dingen auch Kreuz-Support, Trendkanal-Support und 200-Tage-Linie auch bei Ethereum. Eine schöne Rallye, nicht ganz so krass wie beim Bitcoin. Ethereum ist um 18,6% gestiegen und das ist jetzt durchaus interessant. Wir holen uns jetzt hier klaren Widerstand ab, auch im Tagesschart an dieser horizontalen Widerstandszone. Darüber haben wir auch gesprochen. Mein Wunschszenario muss ich ganz klar sagen, aktuell bei Ethereum wäre wirklich nochmal ein Dip auf diesen Aufwärtstrend. Möglicherweise wirklich nochmal ein Doppelboden auf der 200-Tage-Linie. Wird auch dazu passen, dass der Bitcoin da nochmal ein bisschen runterkommen kann. Hier würde ich meine Position da nochmal deutlich ausweiten. Kursziel ist und bleibt bei Ethereum für mich. 2.500 US-Dollar Top des Trendkanals, was ich definitiv nicht sehen möchte und wo ich bei Ethereum auch den Stop ziehen würde, wenn wir einen klaren Bruch bekommen unter die 200-Tage-Linie. Wir kommen zu den Indizes und da beginnen wir mit dem Volatilitätsindex. Der sucht sich heute für den Moment Widerstand im Bereich der 14,7. Das ist das Tief vom November 2021. Gerade zuletzt hatten wir eine extrem hohe Korrelation zwischen S&P 500 und dem WIX und zwar fallende Aktienkurse. Bei fallendem WIX übergeordnet ist für mich der Volatilitätsindex aktuell. Ich beobachte ihn, aber ich benutze ihn aktuell nicht primär, um wirklich den Markt einzuschätzen, weil wir eben diese Konstellation wie aktuell seit 25 Jahren nicht mehr hatten in dieser Form. Also fallenden WIX bei fallenden Aktienmärkten. Heute sehen wir ihn mit einem 6% Up-Gap, also mit einem Gap nach oben, holt sich jetzt hier in dieser lokalen Zone, aber für den Moment Widerstand ab. Man muss das jetzt ganz genau beobachten, auch 20-Tage-Linie ist hier. Natürlich kann sich diese hohe Korrelation sofort wieder auflösen. Wenn wir jetzt wirklich eine etwas schärfere Korrektur bei den Indizes bekommen, über die wir gleich sprechen, dann gehe ich auch davon aus, dass sich der WIX doch mal aufschaukeln kann. Allerdings, wie gesagt, in den letzten Wochen war Long-WIX für das Depotabsicherung absolut nicht geeignet. Das heißt aber nicht, dass sich dieser Zustand nicht wieder ändern kann. Etwas spannender wird es, wenn wir auf den Volatilitätsindex des Nasdaq schauen, den VXN. Wir haben hier einen übergeordneten Aufwärtstrend. Seit 2017 sehen wir beim WIX auf den Nasdaq eher tendenziell steigende Kurse. Wir haben aber immer wieder so kleine WIX auch drunter erlebt. Ein ähnliches haben wir heute erlebt und das ist durchaus beeindruckend. Man muss jetzt hier aber genau schauen, wie es hier weitergeht. Wir hatten heute einen VXN kurzzeitig mal im Bereich der 13,6 und von diesem Intraday-Tief ist er jetzt bereits 49% angestiegen. Nicht überbewerten. Wir hatten immer wieder diese massiven WIX. Die haben im weiteren Verlauf dann aber auch nicht dazu geführt, dass der WIX auf den Nasdaq jetzt hier massiv ausgebrochen ist. Durchaus im Blick behalten. Dann tun wir es aber schon, dass wir heute einen kleinen Dip unter diesen übergeordneten Aufwärtstrend gesehen haben. Der gekauft wurde im WIX und natürlich Nasdaq gerade ein Markt, der aktuell durchaus korrekturgefährdet ist, weil er extrem stark gestiegen ist zuletzt. Wenn sich der WIX hier aufschaukeln sollte oder der VXN besser gesagt auf den Nasdaq in dem Bereich. Der 200-Tage-Linie, wie wir es zum Beispiel gesehen haben im März, bedeutet das natürlich vor allen Dingen auch im Nasdaq eine Korrektur. Die dann im weiteren Verlauf auch meines Erachtens verbunden wäre mit einem Trendbruch bei der Apple-Aktie. Den wir zum aktuellen Zeitpunkt, das ist wichtig, definitiv noch nicht sehen. Im Gegenteil, Apple hat heute Intraday ein neues All-Time-High generiert mit exakt 188 US-Dollar und 5 Cent. Aber was man auch dazu sagen muss, das wurde zum jetzigen Zeitpunkt durchaus gut abverkauft. Es sind aktuell 1,3% unter diesem Top bei Apple. Aber wichtig, Aufwärtstrend. Wir haben hier natürlich einen Preisalarm drauf. Komm gerne auf den Discord für diesen und natürlich viele weitere Preisalarme. Und wenn dieser Trend brechen sollte, dann bekommt der Markt meines Erachtens auch mal ein etwas größeres Verkaufssignal. Auch für eine stärkere Korrektur über die Kursziele sprechen wir dann, wenn wir wirklich sehen, dass dieser Trend, der ja hält seit Januar 2023, beeindruckender Aufwärtstrend. Year Today, Apple mit dem heutigen All-Time-High, was wir gesehen haben, über 50% im Plus 51%. Man muss davon ausgehen, dass diese Rallye nochmal auskorrigiert wird. Wir haben es immer wieder gesehen, auch in der Vergangenheit starke Rallys bei Apple, aber dann durchaus auch scharfe Korrekturen. Aber für den Moment ist ganz klar auf dem Zettel noch kein Trendbruch und noch kein Bruch unter die 20-Tage-Linie. Wenn wir uns aber unseren Chart anschauen, der sieben großen Tech-Aktien, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta. Da sehen wir heute ein Minus von 3,1% und das liegt vor allen Dingen daran, dass Nvidia heute stark unter Druck gerät. Erinnere dich mal ans Aktienvideo vom Samstag. Da hatte ich dir gesagt, Nvidia unter 420 US-Dollar durchaus gefährdet. Und da sehen wir heute einen starken Abverkauf. Die Big Tech oder die Fang-Aktien, wenn man so möchte, sind jetzt exakt angekommen an der 20-Tage-Linie, nachdem sie sich seit Jahresbeginn im Schnitt verdoppelt haben, dieser Korb aus den sieben Aktien. Exakt 100% Performance und genau hier bei diesem Verdoppler sehen wir jetzt eben die erste ernstzunehmende Schwäche seit, man muss sagen, seit 18. April. Wir waren danach nochmal hier in der Korrektur. Da ging dieser Chart nochmal senkrecht nach oben, sogar mit einem massiven Gap nach oben. Und das müssen wir jetzt eben ganz genau beobachten. Derzeit an der 20-Tage-Linie der Chart der sieben großen Tech-Aktien. Und wir wissen, das ist der Chart, der den Markt zuletzt getragen hat. Und natürlich würde hier eine etwas stärkere Korrektur auch am Gesamtmarkt, S&P 500 und Nasdaq, eine Korrektur bedeuten. Wir schauen noch eben auf Nvidia und erinnern uns mal ans Video vom Samstag. Wir haben über den übergeordneten Abwärtstrend hier gesprochen seit dem Top am Dienstag vergangener Woche. Und jetzt sehen wir, dass sich dieser Abverkauf beschleunigt unter 420 US-Dollar. Das war ja dieses erste All-Time-High. Danach gab es eine Korrektur-Breakout. Und das hat der Markt hier versucht zu halten als Support, verabschiedet sich jetzt hier aber nach unten. Wir sind jetzt auch durch die 50er-Linie gebrochen. Das ist hier der 4-Stunden-Chart, der nächste wichtige Support. Wir sehen, hier geht es relativ ruckartig rauf und runter. Wir sind jetzt aktuell hier möglicherweise an diesen Zwischenhoch angekommen bei 400 US-Dollar. Der Markt versucht, dieses Level zu halten. Wenn wir da drunter brechen, habt ihr 375 US-Dollar auf dem Schirm. Das war hier zwischendrin wichtiger Support. Und dann ist der 4-Stunden-Chart, der jetzt bereits fast überverkauft ist. Wenn es jetzt hier nochmal einen Rutsch geben sollte in den Bereich um die 375 US-Dollar, wäre der 4-Stunden-Chart stark überverkauft. Und man müsste hier mit einer Gegenbewegung rechnen nochmal in den Bereich des großen Abwärtstrends. Ich möchte hier aber auch ganz klar darauf hinweisen, diesen Trend nehme ich jetzt durchaus ernst. Wir haben ja auch einen Preissalarm drauf. Da muss Nvidia definitiv ausbrechen, um die Chance zu bekommen, wieder neue Höchststände anzulaufen. Ansonsten haben wir möglicherweise auch in einer etwas stärkeren Gesamtmarktkorrektur einen Backtest auf dem Schirm des alten All-Time-Highs. Und das wären in etwa 346 US-Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Und auch bei Tesla sehen wir heute einen etwas stärkeren Abverkauf. Und hier ist jetzt auch durchaus Vorsicht geboten. Wir haben heute nochmal Höchststände abgeholt, Intraday von 258 US-Dollar. Und die aktuelle Kerze ist zum jetzigen Zeitpunkt ca. 6% unter diesen Kursen. Im 4-Stunden-Chart kann man hier möglicherweise auch eine Kopf-Schulter-Formation erkennen. Was wir auch sehen, ist der Trendbruch jetzt von diesem extrem steilen Aufwärtstrend. Und wir wissen auch, wir haben hier erster Impuls, Bullenfahne, zweiter Impuls. Wir haben hier oben das Kursziel abgeholt. Das ist jetzt völlig normal, dass Tesla korrigiert. Das ist auch absolut nichts Besorgniserregendes, was allerdings ein bisschen kritischer werden würde. Und dazu zoomen wir mal kurz raus bei Tesla, wo wir sie meines Erachtens nicht mehr drunter sehen wollen. Keine Kurse unter 200. Ja, diese Zone zwischen 237 und 233 US-Dollar. Hier ist wichtiger Kreuz-Support. Hier ist der ehemalige Widerstand, bevor wir dann in diese Kapitulation gegangen sind. Hier ist auch die 20-Tage-Linie und hier ist vor allen Dingen in dieser für mich durchaus wichtige Trend, der immer wieder als Support gehalten hat. Als wir drunter gebrochen sind, gab es die Kapitulation, danach nochmal abgeprallt. Und als wir ausgebrochen sind, ging es hier nochmal senkrecht nach oben. Den darf die Tesla-Aktie sehr, sehr gerne halten. Ansonsten müsste man im Zweifelsfall hier mit einer stärkeren Korrektur rechnen. Denn hab mal, wenn du bei Tesla investiert bist, auf dem Schirm unter 232 US-Dollar, wollen wir die Aktie nicht mehr sehen. Wir kommen zum S&P 500, den schauen wir uns im 4-Stunden-Chart an, seit dem Tief im März der Korrektur. Da waren wir auch am Boden angekommen von dem Trendkanal, zu dem ich gleich noch ein paar Worte sagen werde. Wir sind jetzt für den Moment bullish ausgebrochen aus diesem Trendkanal. Wir sind jetzt hier seit dem Top bei 4.446 Punkte in einem lokalen Konterabwärtstrend, in einem völlig intakten Aufwärtstrend. Und intakter Aufwärtstrend ist auch das Stichwort. Der S&P 500 darf uns meines Erachtens nicht unter diese wichtige Aufwärtstrend-Linie brechen. Und die trifft sich hier aktuell mit der 200er-Linie im 4-Stunden-Chart, mit dem Top des Trendkanals. Eben hier eine extrem wichtige Clusterzone aus Kreuz-Support und eben dieser wichtige Aufwärtstrend. Wenn wir da drunter brechen, muss ich ganz klar sagen, Kursziel Nummer 1, 4.150, aber auch Herzlinie in diesem Trendkanal hat auch schon mal zuvor gehalten als Support. Aber auch die 4.000 Punkte würde ich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ausschließen. Dann müssten wir uns wirklich mit einer härteren Korrektur auseinandersetzen, wo man dann vor allen Dingen auch im Tageschart schauen müsste, wo ist der S&P 500 dann möglicherweise auch mal überverkauft. Und das kann dann durchaus zur Downside etwas schmerzhafter werden. Dann habt diesen Abwärtstrend auf dem Schirm, sobald der S&P 500 hier in dieser Situation ausbrechen sollte, ist das meines Erachtens nochmal ein Long-Signal in die Bereiche 4.400 bis möglicherweise sogar nochmal 4.440 Punkte. Das haben wir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dieses Long-Signal, dieser Abwärtstrend ist derzeit noch bestens intakt, lokal, nächster potenzieller Support im Bereich 4.314 Punkte. Und drunter, ganz wichtig, diese Supportzone zwischen 4.290 und 4.260 Punkte. Das hier ist sehr, sehr wichtiger und kritischer Kreuz-Support. Und jetzt schauen wir uns mit diesem Trendkanal nochmal etwas im Detail an. Ich finde den sehr signifikant. Und weil gestern auch in dem Video ein Kommentar drunter war, dass man diesen Trendkanal nochmal erklärt haben möchte. Ich finde den sehr, sehr gut. Wir kommen hier von dem Corona-Crash. Erster massiver Anstieg. Dann hier das erste Mal das Top in diesem Trendkanal. Runter auf den Support. Nochmal runter auf den Support. Danach gab es hier den Breakout. Mehrfach gebacktestet. Das Top von dieser Range. Und danach hier noch ein weiteres Mal gebacktestet. Und danach die massive Rallye. Und im Jahr 2022 war es im erweiterten Bild dieser Trendkanal, diese Range, die hier diesen ersten massiven Anstieg eingefangen hat, ausgependelt hat, bevor wir dann ausgebrochen sind. Und da haben wir sozusagen den Abverkauf 2022 ausgependelt. Es gab eine Übertreibung nach oben, eine Übertreibung nach unten. Und letzten Endes dann hier aber drei perfekte Berührungspunkte. Einmal im Juni. Dann gab es hier das 52-Wochen-Tief im Oktober. Aber dann hier gerade zum Jahreswechsel und im März. Perfekter Support, aber auch Widerstand. Nach dem August-Top gab es hier nochmal eine kleine Gegenbewegung, die zum Widerstand wurde. Beziehungsweise wo das Top des Trendkanals hier zum Widerstand wurde. Und hier gerade zuletzt im Februar Punktlandung am Widerstand. Aktuell gab es hier auch einen Kampf um das Top von diesem Trendkanal. Jetzt sind wir für den Moment ausgebrochen. Und die große Frage, die sich hier eben stellt, und das ist dann eben so spannend. Wenn wir hier zurückbrechen in diesen Trendkanal, können wir alles sehen. Herzlinie, Support, keine Frage. Wenn wir aber diesen Trendkanal jetzt im erweiterten Umfeld als Support testen, legen wir uns das Fibonacci drüber, der gesamten Downside, dann testen wir hier mit diesem Top des Trendkanals die Golden Pocket als Support und haben ein sehr ähnliches Setup, wie wir es damals gesehen haben, zum Jahreswechsel 2020, 2021. Ich muss sagen, ich halte diesen Trendkanal für sehr, sehr kritisch. Er hat uns auch herrliche Einstiegszeitpunkte geliefert. Und ich muss sagen, jetzt gerade hier in diesem Umfeld bin ich sehr gespannt, wie sich es ausspielen wird. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zum Nasdaq, ebenfalls im Vier-Stunden-Chart. Da haben wir in der vergangenen Woche bereits gesehen, dass dieser Aufwärtstrendkanal hier gebrochen ist. Und wir haben hier auch einen klar respektierten Konterabwärtstrend im Chart. Hier kommt natürlich auch ein Preisalarm drauf. Wenn der Nasdaq hier auf Vier-Stunden-Basis ausbricht, werden wir natürlich benachrichtigt. Lokal sind wir jetzt durch die Supportzone hier gebrochen bei circa 14.790 Punkte. Wir haben jetzt hier diese Tops aus dem Juni, die möglicherweise als Support halten können. Haben sie aber bisher noch nicht bewiesen, muss man auch ganz klar dazusagen. Das wären hier 14.660 Punkte. Und ansonsten sehen wir beim Nasdaq dann hier die Golden Pocket der gesamten Downside. 14.550 bis 14.350 und dann hier den kritischen Support, den wir gesehen haben bei 14.230 Punkte. Ich muss dazusagen, da zoomen wir jetzt mal ein bisschen raus und schauen uns diesen übergeordneten Trendkanal mal an beim Nasdaq. Da sind wir jetzt gerade am Top abgeprallt. Boden, schöne Berührungspunkte hier im Januar. Das Tief ist hier eine etwas kleine Übertreibung. Nach uns in Bärenfalle, danach massive Rallye. Man muss sagen, der hätte hier durchaus viel Platz zur Downside, wobei aktuell nicht mein Primärszenario ist, dass wir hier wirklich bis an den Support des Trendkanals korrigieren. Wenn wir uns das nämlich mal genau anschauen, wurde hier monatelang die Herzlinie als Widerstand respektiert und die kann dann durchaus, was zuvor monatelang Widerstand war, kann hier zum Support werden. Das wäre eben hier eine Fortsetzung der Korrektur vom Nasdaq in den Bereich zwischen 14.180, 14.200 eben hier in dieser Clusterzone. Auch beim Nasdaq würden wir dann eben möglicherweise die Golden Pocket der Downside als Support testen. Das wäre durchaus bullish für weitere Upside. Beim Nasdaq kritisch für mehr Downside, muss man aber ganz klar dazusagen, ist ein Bruch unter die 14.200 Punkte. Da würde man dann auf die 13.600 schauen und möglicherweise hier auf die 13.000, ist aktuell aber nicht Primärszenario. Ich muss aber auch dazusagen, für den Moment ist das hier durchaus eine Korrektur, die noch im Gange ist. Und wenn wir uns jetzt hier mal von diesem letzten Anstieg die Golden Zone anschauen, dann sehen wir, dass wir gerade jetzt beim 50er Fibonacci sind und da hätten wir dann die Golden Pocket bei ca. 14.600. Da müsste man dann durchaus mal genauer hinschauen, ob der Markt hier etwas stärker reagiert in diesem Bereich. Für einen Bounce an diesen übergeordneten Abwärtstrend von hier könnte sich der Upverkauf dann aber definitiv nochmal beschleunigen. Wichtig, Nasdaq aktuell lokal im Abwärtstrend für ein Longsignal. Meines Erachtens müssen wir hier ausbrechen. Spannend finde ich, dass wir beim Russell heute eine kleine Gegenbewegung sehen und zwar, wir kommen zum DAX im 4-Stunden-Chart und hier seht ihr ein Trade-Setup eingezeichnet. Ich habe das durchaus spannend gefunden heute und komme gerne auf den Discord und werde 10x-Member für die täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir haben hier eine lokale Supportzone, haben wir auch gestern im Marktbriefing darüber gesprochen und heute gab es eben nochmal einen Dip-Kauf in dieser Zone. Ich schaue mir aber definitiv keine Kurse, eigentlich möchte ich schon keine neuen Tiefs mehr sehen im 4-Stunden-Chart. Kurse unter 15.650 sollte man meines Erachtens hier ausstoppen, weil wir dann sehen, dass hier sehr, sehr wenig Support zur Downside da ist. Ich finde es aber dennoch nicht uninteressant, erinnert mich ein bisschen an die Struktur, die wir gesehen haben im Mai, Impuls zur Downside. Man muss sich jetzt mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass wir hier potenziell, falls es hier zum Breakout kommt, aus diesem Abwärtsrennen, was wir noch nicht gesehen haben. Ganz wichtig, ein Korrektiv nach oben traden kann durchaus danach nochmal runterkommen, bevor es dann, wie wir es hier gesehen haben, eine Impulswelle nach oben gibt. Das heißt, wenn wir hier den Breakout bekommen, sollte man durchaus relativ flott sein mit den Gewinnmitnahmen hier im Bereich von 16.080 Punkten in dieser Widerstandszone. Widerstandszone können wir dann durchaus Gewinne rausnehmen, Stop hinterherziehen, dennoch fand ich das kein uninteressantes Setup. Der RSI war überverkauft im 4-Stunden-Chart zuletzt, auch eine gewisse bullische Divergenz, weiter fallende Kurse bei bereits sich entspannendem Momentum. Im 4-Stunden-Chart ist nicht uninteressant, muss sich jetzt nicht in einer massiven Rallye ausspielen, keine Frage, war ein Impuls. Zur Downside kann auch nur ein müder, korrektiver Gegenimpuls werden, aber wie gesagt, nicht uninteressant. Breakout hat noch nicht stattgefunden, aber wenn er stattfindet, durchaus eine Long-Gelegenheit in die Richtung 16.020 bis 16.080. Abschließend schauen wir noch nach China, da ist heute der erste Handelstag nach dem Drachenbootfest und die Chinesen stemmen sich jetzt erstmal ein bisschen gegen diesen Abverkauf der letzten Handelstage, heute plus 0,4%. Im Hang Seng, wir wissen aber, wie volatil der sein kann und vor allen Dingen, wie er durchziehen kann, wenn es hier wirklich bullisch wird. Für mich aktuell ein kleiner, korrektiver Gegenimpuls. Das kann hier durchaus nochmal runterkommen in dem Bereich, 18.000 Punkte drunter. Wenn wir den Hang Seng nicht sehen, möchte ich ihm nicht aussprechen, dass er hier nochmal einen kleinen Fake-Out drunter zeigen kann, aber unter dieser Zone von 17.700 bis 18.000 Punkte möchte ich ihn definitiv nicht sehen, ansonsten haben wir erst wieder Supports im Bereich 16.8 bis potenziell dann sogar 15.2 beim Hang Seng Index, aber dennoch gefällt mir diese Struktur, ihr wisst das, seit einigen Wochen sehr, sehr gut. Wichtiger Support bei den 18.000, wir haben ihn zuletzt getestet, glaubt er noch nicht so richtig, der Markt kommt nochmal zurück, Doppelboden in diesem Bereich, für mich nochmal ein herrlicher Nachkaufzeitpunkt. Widerstände sehen wir im Bereich 20.250 bis 20.900 Punkte, wenn wir hier ausbrechen, 22.500 ist dann das Top, die Nackenzone von dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Habt China definitiv auf der Watchlist meines Erachtens, es ranken sich Gerüchte um ein großes Stimulus-Paket, was direkt in den Konsum gepumpt werden soll in China. Wir wissen, die Wirtschaft ist ein bisschen müde, aber China hat die Möglichkeit zu stimulieren und das wäre natürlich ein massiver Impuls für steigende Aktienkurse. Und eins stelle ich jetzt auch mal in den Raum, von dem Thema KI in China haben wir bislang auch noch nicht so wirklich viel gehört. Und auch PayPal darf im heutigen Video natürlich nicht fehlen und die Aktie hält sich wieder erstaunlich gut, minus 0,45 Prozent und wir testen jetzt aktuell dieses Tief aus dem Dezember hier möglicherweise als Support. Ich muss aber auch ganz klar dazu sagen, die PayPal-Aktie hätte hier noch etwas mehr Downside und zwar in dem Bereich um circa 3,5 Prozent, in dem Bereich zwischen 65 und 66 US-Dollar. Wir haben hier übergeordnet seit dem 52-Wochen-Tief einen sehr schön respektierten Aufwärtstrend und vor allen Dingen auch die 20-Tage-Linie, die sich jetzt hier deutlich nach oben krümmt und das können wir hier auf jeden Fall als Support antesten, nur um danach wieder massiv zu steigen. Breakout aus 69 US-Dollar, ein sehr bullisches Signal, lokal noch die 71 Dollar auf dem Schirm behalten und dann die 200-Tage-Linie bei 76 US-Dollar, wo wir PayPal meines Erachtens definitiv nicht mehr drunter sehen wollen, ist mit Tagesschlusskursen unter der 20-Tage-Linie. Das hat hier auch gerade zuletzt in dem ersten Dip nach den 52-Wochen-Tief sehr, sehr gut gehalten. Keine Tagesschlusskurse bei PayPal unter 65 US-Dollar. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Trading. Du findest die Chart-Software, mit der ich in den Videos arbeite und den Broker, den ich für mein Trading nutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.